ja holen und hier oder draußen hier ist euer Irrenhaus und wir probieren uns an unser an einem keine Ahnung was das ist nicht gleich die andere ein Wettkampfspiel okay es kommt also noch irgendeiner dazu ein Rennen und wir vier denn mit dabei sind heute die Janka ein Lund der HWM das an die und ich bin Fido euer Quotenköter und dann schauen wir mal was uns hier gleich erwartet ja wir spielen jetzt einen Wettkampf wir sind auf der Suche nach einem Server und nach Gleichgesinnten die gegen uns verlieren wollen oder uns komplett platt machen wollen obwohl wenn es so läuft wie ja gerade eine sehr sehr geile Session das muss man schon sagen das ist auch schlecht wie gesagt das ist gerade mal so ein mittlerer Ramm ihr seht beim HWM ja das heißt der HWM muss uns alle retten das Andi kann auch was die Janka manchmal und ich kann ganz super toll sterben das zählt aber also wir spielen jetzt Wettkampf und ganz wichtig also Friendly Fire ist an und jetzt können wir nicht mehr durcheinander also durcheinlaufen wir blocken uns jetzt gegenseitig aber durcheinander laufen können wir immer noch durcheinander laufen tun wir die ganze Zeit ja klar aber aufpassen wir blocken jetzt also wenn du stehen bleibst und einer will wegstrafen irgendwie und du stehst neben dem dann blockst du und dann kann er nicht weg und wird eventuell okay also das ist ja das eine was mich stört aber das Friendly Fire das Friendly Fire ich glaube ich bin wahnsinnig gut darin meine eigenen Leute in den Kopf zu schießen ja ihr müsst ein bisschen links oben auf diese Map gucken dann dann und jetzt dann wenigstens eine kleine Warnung wie eine Warnung ja der hier geschreit dann ja das ist ja du kriegst dann eine Verwarnung richtig wenn du einen tötest und wir hätten besser erst aufgenommen als wir schon Server haben wenn ich mir die erwartete Wartezeit angucke vor allem wird die immer länger oder die wird immer länger scheiß Zeit bestimmt auch jetzt hier haben wir denn was ich dachte da hättest ich mir jetzt was getan nee ja die tickt hoch oder so jetzt steht sie ready hey 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 Spannung du 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 yeah eigentlich will ich das nicht machen warum habe ich mich dazu überreden lassen hey hey das ist es ist komplett unverbindlich das hört sich auch dazu schlimm an aber das ist trotzdem mal spielen wir Inferno und wir spielen Inferno wir spielen CT es ist eine Einführungsrunde hier wir spielen es jetzt ein bisschen warm ach jetzt muss ich Kevlar kaufen okay ihr müsst genau ihr müsst Ausrüstung kaufen und auch die Fuse Kit genau ganz wichtig auch die Fuse Kit kaufen weil sonst seid ihr nach einer Bombe sehr sehr langsam Aufwärmphase ist jetzt egal gerade ja 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 Aufwärmphase jetzt ist es einfach du kannst dir kaufen was du willst quasi du hast fast unendlich Geld und okay ich hab gar nichts gekauft gilt das auch ja wenn du stirbst spawnt du eh direkt naja Wurst ich wollte ja nur Karte gucken kannst du auch noch machen ach so geht weiter von ihrem Spawnpunkt drei Stück oder so ja wie gesagt hier geht es um ach so man spawnt wirklich direkt neu ja ja wie gesagt ja das ist jetzt ja just for fun nur Aufwärmphase ja das ist jetzt ja just for fun ha so ja schön Bianca mit der Pistole schon gleich den ersten Mitspieler geplockt gleich in der ersten Runde kannst du dann nachher mal zeigen was du drauf hast wir haben den Scream noch bei uns der hat ein Bildchen von der Biene Maya das gefällt mir schon mal überhaupt nicht krass das wusste ich also auch noch nicht dass man mit einer Hauptgranate eine Feuergranate ich bin quasi der Kameramann der unbeteiligte , alles klar wir kriegen auch noch THEY wir kriegen auch noch zwar 방송 wir kriegen auch noch aufgezeigt also noch farblich aufgezeigt auf unserer Karte Ja Werd wer Ja ja genau richtig OOCorps gerät ich kann auch nicht nach OO och b Bun Nicht wieder Just for fun spielen jahre das ist jetzt So, Pistolenrunde, wer geht wo? Ähm, rechts, rechts Oder ich links? Ne, egal, wir teilen uns auf Ich bin rechts, Anni geht links Einer mit mir rechts und der andere mit Anni links Oder die andere Äh, wat, 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 wat Wo geh ich hin? Wo ist denn Anni? Ich bin der Blaue Ihr kennt aber die Map hier, Inferno, oder? Ja, kann sein, aber ich hol immer Kenn die schon, ist aber schon lang hier Ja Achtung, hier ist schon einer, Pimp im Holzstapel Scheiße, der hat mir einen reingeschmissen Ah, fuck Hat er dich gekillt? Zurück, zurück, ein bisschen zurück Ah, verdammt Ja, wir kriegen hier auch schon aufm Koffer Ich hab leider Gottes, ähm, keinen einzigen Treffer gelandet Jajaja Zwei kommen Mitte Zwei kommen Mitte Fängt ja schon gut an, Mann An, Mann? An, Mann, ja Mann, Mann fängt der Scheiße an Scream kriegt auch nichts auf die Knete Hau sie weg! Ich hab den Bombenträger Du bist alleine Der kommt über Spawn Ja, genau Ja, hier jetzt nicht ghosten, das fangen wir jetzt auch nicht an Das geht nicht Du kannst nicht ghosten, aber ich kann ihm sagen, wo der ist Achso, da bist du gestorben Haben noch einen Treffer eingeschenkt, aber Ja, das ist auch so, man kann halt hier nicht ghosten Das finde ich richtig gut Das ist schon mal eine schlechte Anfrage So, jetzt Machen wir ECO oder kaufen wir? ECO Also ich mach einfach nichts kaufen, nix bitte Ja, okay, ich glaub schon Ich hab Kat klar gekauft Warte, 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 warte Ich bleib beim Andi, Bianca geht mal um Ulrich Genau, genau, bleib beim Andi Scream ist bei mir Bianca gehst du, gehst du mit anderer Seite? Kann ich mal Bei zwei Reichen hier rechts Äh, Hilfe, wo muss ich rein? Naja, mal sehen, ne? Die können schon, ah, die können schon alles haben Das ist der Shit hier Woah, fuck, ich bin schon auf 38 runter So, einen hab ich wohl weggemacht Oh, hinten Hinten bei denen Ja, die haben schon Du kannst dir meine, äh, Bumme holen, Andi Ich hatte was gekauft Ja, ich hab was Sind alle bei euch? Nö Ich seh jetzt keinen mehr Nö, nur die zwei, die da Andi gekillt hatten Einer davon hat mich halt vorher gekillt Pass auf, Bianca, die können auch für links holen Oh, der war schlecht Ja, ich wollt hier reingucken Das sieht aber fast leer aus Ja, bei B-Spot sind sie jetzt auch Ich nehm mal an, bei B-Spot, ja, Scream Hä, was geht nach? Ich dachte, ihr seid da noch Na, Ulrich hat doch zweimal laut gesagt, bei B-Spot sind sie Der B-Spot sind sie, ich bin gefallen Und Scream hat sich versteckt, leider Ach sooo Wo ist denn B, ich weiß gar nicht, wo wir sind Ja, genau da lang Aber bevor sich der kennt, einer am Auto Sehr schön Sehr schön Da sind leider immer noch drei Nein, das ist nicht das Ich hab's auf der Aufnahme Ich hab's auf der Aufnahme Ach so, da kommt einer, da kommt einer Jawohl, jawohl, so geil Ey, bei mir hast du voll daneben geschossen Schade, aber du hast doch zweimal erwischt, sehr geil Das andere hab ich auch erledigt, so Ich glaub, das war ein Dach oder ein Kirchgurm oder sowas Ich weiß nicht, was es war, ich sage, wie er nicht da war Ich kann auch Aukaufen Ah ne, gehen wir mal zu zweit rechts rum Ja Oder willst du dich wieder aufteilen? Ja, ist okay Geht ihr drei links Ja, das ist eine Sache, dass du Scream Scream will auch machen Scream will auch zu B, aber egal Na komm, ich geh mit links Ich bin bei den Fido Okay, gut Ich hoffe, ich verliere jetzt meine Augen nicht direkt Wahrscheinlich passiert so Ja, das hoffe ich auch Denkt dran, ihr dürft hier nicht blocken, ne? Ja, ich sitz ja ganz vorne Scheiße, ich bin ganz hinten Achtung Na, Schitte Jemand kann sich meine Waffe holen, wenn er will Fuck, da sind zwei Ach, dann ist der Chip Ja Och ne, jetzt schmeißt er doch nichts Ich kam da aus dem Haus bei euch Ja Da wollte ich eigentlich rein in das Ja, da hat er so geruscht Das war sehr peinlich, ähm, die sind bei Arschen durch Nun ja Jetzt ernsthaft Ja Lieberich, wir verarschen dich Ja, so wie fand ich das eben im normalen Spiel einfacher Der hat dumm gemacht von mir Wir haben uns nicht auf die Peile gekriegt, also War dumme Aktion Ja, ich würd ja fast Ich finde verteidigen auf Ich finde verteidigen auf Inferno Das ist doch schwer Die haben bei A geblendet, ne? Ja, ich bin mir ganz schwer am überlegen Oder? Hast du nicht geblendet? Doch, doch, ist geblendet Ich bin mir aber schwer am überlegen, ob ich safe ihn soll Achso Naja, jetzt ist nichts mehr safe Warum treffe ich den denn jetzt nicht? Ach, oh Gott, Kacke Lübt nicht Lübt nicht Lübt nicht Na, ich hätte safe ihn Verdammt Jetzt kann ich wieder nichts Aber das wird ne schnelle Runde Der versteckt sich immer nur der Scream Ne, ne, hier geht's länger Aber es kann auch sehr schnell rum sein Bis 15 geht's hier Und wir wechseln bei 15 Runden auch die Seiten Dann geht's nochmal ins Terror-Team Oh Ist... Achso, und der... Entschuldigung Ich wollte nur fragen Der sichert sich die Waffe, oder warum? Ja genau, der sichert sich die Waffe Weil's halt hier, ja, bisschen schwerer ist Das Geld zu kriegen Ok, ja ist mir auch gefallen Ich geh mal links zum Haus Bin auch links, hab aber ne Eckerunde, ne? Ich bin mal rechts rum Aber ich hab nur Pistole Was ist denn Eko-Runde? Eee, Sparrunde. Nichts ausgehen. Da, da mache ich doch mit. Außer kommen von vorne. Da kam zumindest eine Smoke geflogen. Lassen wir ab. Baby. Der da ist reich. Sehr schön, ich habe die Granate hier liegen. Äh, die Bombe. Von rechts, CB, ach, von hinten. Oh, fuck. Nein, nicht wirklich, oder? Wir kamen von vorne und von hinten. Ah, fuck. Mit Schuhe habe ich ihn noch erwischt, aber... Haha, hast du in Schuhe getötet. Nein, ich habe mit Schuhe getötet. Lauf. Du sollst doch nicht in Schuhe schließen. Guck, dass du zu A kommst, irgendwie. Voll Laser, wie du da gehst. Ja, lauf mal weiter da. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Nein, das ist das Terror-Spawn, wo du reinigst. Da steht A mit Farbe an die Wand, du malst A. Tatsächlich, ich will das A. Oh, ich will links auf die Mini-Map gucken. Da steht auch ein A. Jetzt geh, weiter, 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 weiter. Jetzt rechts abbiegen. Mal weiter rechts abbiegen. Dann links die Tür rein, da liegen Kniften, da kannst du dich mal ausrüsten, genau. Nein, schade, das ist ein A. So, rechts rum, rechts, da steht einer. Wenn du jetzt abbiegen, weiter, geh weiter. Aber da müsste jetzt gleich einer kommen, auf dem Balkon, da hat er eben gestanden. Und rechts abbiegen, da ist er noch einer, der den noch gekriegt hat, das ist, ah, schade, schade. Ja, dann wär die Bombe hochgegangen. Nee, das hätt ich gesagt. Mag, glaub ich, nochmal, ne? Ich bin aber auch voll raus, dass ich hier so Ausrüstung kaufen muss. Ich, was mach ich denn jetzt? Ich lauf mal zu B. So, jetzt hab ich auch mal auf. Ich hab das Gefühl, dass die jetzt zu B kommen. Ich lauf rechts. Ja, ich lauf auch zu B. Alle nach rechts. Go, go, go. Oh Gott, wir sind tatsächlich alle B. Naja, ja. Wenn sie hierher kommen, können es witzig werden. Wenn sie A gehen, haben wir ein bisschen verkackt jetzt. Ja, lauf mal halt wieder zurück. Oh, und was machen sie, Ulrich? Ich weiß noch nicht, ähm. Oh, ich bin schon halb tot. Und Flash, 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 Flash. Ja, ich glaub, die kommen auch alle A. Äh, B. A. Ja, die kommen alle B. Scheiße, ich hab den Captain. Ich hab die Granaten hier reinwerfen können. Naja, ich hab nix. Ich hab keine Granate. Die aber. Ja, die haben auch nicht gekauft. Das ist eine Ködergranate, die du da hörst, Ulrich. Aber wenn sie schlau sind, gehen sie jetzt rüber zu, äh... Naja, natürlich machen sie das. Äh, natürlich. Oh, meine Güte, Ulrich. Ja, hier ist auch keiner mehr. Ja, da hinten sitzt noch einer. Sehr schön. Ich hab' wir beide zusammen weggemacht, find' ich gut. Ja, so muss das. Geht war auch klar. Ah, fuck. Na, ha? Hast du ihn? Oh, anscheid'n nicht. Granate, noch eine, Achtung. Tschüss. Bandgranate. Wo sitzt der denn? Wo sitzt der denn? Der sitzt hinten, rechts am Eingang. Oh, verdammt, das bist du. Ich bin ich? Kerl. Ja, ich hab' ich nicht fertig. Ist er tot? Ah, schön. Einer lebt noch von denen? Ne. Doch, zwei leben noch. Der tickt doch schon wieder. Ach, komm, haut ab, die Bombe explodiert, das schafft der denn immer. Ja, okay. Sichert euer Ausrüstung. Schade, schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Der ist zu hin. Ja, der ist draufgegangen. Jetzt hab ich so ne blöde Sniper. Ähm. Gibt die vielleicht im Ulrich, der kann einigermaßen damit umgehen. Okay, wie schmeiß ich die weg? Mit Q? G. Mit G? Wo ist denn der Ulrich? Hä, was soll ich? Ich hab' ne Waffe. Ey, dann nimm sie sich jemand andern. Achso, ich will kein ABP. Ich auch, nein, ich hab' jetzt ne A gekauft. Egal. Ich geh' wieder zu B. Ich auch. Du kannst sie dann wieder nehmen, oder du nimm' ich ja. Komm schon was anderes. Diesmal hab' ich auch ein paar Granaten dabei. Läuft noch nisch. Lübts noch nisch so richtig. Ne, AK. Ja. Läuft doch gar nicht stehen. Läuft doch laufen. Was ist denn? Ist einer. Einer ist da mit der AK. Hab' leider nichts. Da ist auch mal ein Flash rein. Ach, ein Flash. Ach, ein Flash. Ach denn, der sitzt da hier wohl. Ah, fuck, ist noch einer. Einen hab' ich, aber einer ist noch da. Ich bin auch weg. Janka, wie geht's dir? Mir? Bin geflasht. Ist der Ulrich oder meinem, meinem armen kleinen? Die Flash kam am armen kleinen Ding. Lauf mal zu B, bitte. Ich bin nur ganz feil, eigentlich. Dann war er meine, wenn ich geflasht hab. Ja, das ist wie du mal zu B. Der schmeißt da irgendwie seine Granaten gegen die Wände. Dream steht da noch. Der ist noch drauf, ne? Ja. Wie sieht's bei euch aus, Andi? Ich bin bei A alleine, aber bisher noch ganz okay. Okay, ich glaub' bei B ist noch einer. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig. Ach shit, da waren noch zwei, verdammte Kacke. Bei A? Äh, bei B. Nee, Richtung B. Okay, okay, okay. Kurokiten fragt auf dem Stream, ob wir mittlerweile ein MMORPG, ein kostenloses gefunden hätten. Und, ähm, um deine Frage zu beantworten, leider nein. Andi, Position? Ja. Ich bin A. Okay. Ich glaub' die kommen jetzt nicht mehr zu B. Seid ihr noch zu zweit? Zu viel dazu. Ach, der kommt jetzt von hinten? Boah, scheiße, wie kam der? Hä, wie kann der von hinten kommen? Da bin ich doch. Ja, der kam aber trotzdem. Ja, der kann dich ja trotzdem überlaufen. Ja, der kam halt von vorne. Ach, wo schieß ich denn hin? Äh, muss bei A sein, muss bei A sein. Bei B steht Scream. Uff, dann verlässt man sich auch in Angelegenheit. Keine Ahnung. 2 gegen 2. 2 gegen 2. Ihr könntet das diesmal packen. Ja, aber wenn 2 jetzt da die Bombe campen, dann... Ja, das geht. Ihr müsst halt nur Feuer erwischen haben. Natürlich geht's, aber schwierig ist es trotzdem. Scream kommt jetzt gleich rum? Nee, Scream geht ins Haus. Oh, nee. Scream ist jetzt oben. Hat der sich gerade selbst geflasht? Ja. Da hinten. Jawoll. Entschärf, entschärf. Scream hat den anderen. Scream hat den anderen. Entschärf. Nein, du hast keinen Kipps. Schaff ich nicht, schaff ich nicht. Du hast keinen Kipps. Scream hat einen Kipps. Nein. Jo, schade. Immerhin knapp. Scheiße ey. Immer an das Entschärfungskid denken. Ja, ja. Ich köpfe mir zum Kitt. Scheiß drauf. Ich geh wieder dahin, wo ich eben war. Keine Ahnung wie der... an mich vorbeigeht. Ich bin hinter dir, Fido. Einfach vorbei. Ich hab mich gechillt. Einer tot. Sehr schön. Wären wir da vor mir rumgesprungen. Das war eine ganz schlechte Idee. Achtung, Bombe. Bombe? Ich komme. Nee. Ja. Ja. Ja, jetzt kommt... Lauf nicht alle durch. Oh Gott. Da ist auf jeden Fall noch einer, ja. Ja. Hinten sitzt einer. Oh, bei denen ist ein Brot. Granate hat geflasht. Oh, aber wie können wir denn auf den drauf schießen, Mann? Ich bin gar nicht getroffen anscheinend. B ist safe. Wie sieht's wieder bei A aus? Nix ist das safe. Oh, ein Holzstab ist noch zwei. So. Ich bin dann wieder so schlecht. Ist nur noch ein Terror. Ist nur noch ein Terror. Und ihr seid zu dritt. Scream ist Mitte. Baby, lass uns zusammen sein. Der steht da drin. Achtung, der steht rechts in deinem Kopf. Ja, ja, ja. Oh, super. Oh, super. Dummdi-dum. Na, geht doch. So, ich bin wieder rechts. Ja. Ja, Frau, ist denn eine Waffe oder läuft alles bei dir? Boah, ich kauf mir jetzt mal keine, weil ich sterb eh gleich. Aber man kann immer noch zwei Blendenkorn machen. Ja, ja. Dann hol mal meine. Hol die. Oh je, okay. Achtung, ich schmeiß, wenn ich rumkomm direkt Flash. Ja, Bianca, du musst... Bianca, nimm mal das Messer in die Hand, wenn du läufst. Ja, aber dann bin ich ja noch schneller da. Schön, Ani. Schönes Ding. Ach, damn. Bei B ist momentan keiner, ne? Das heißt... Da sitzt einer in diesem Ding da drin. Doch, da ist einer bei B. Der war wieder rechts drin. Ja, ist der Bot. Boah, die haben ne Bot. Oh Gott. Ist da noch einer? Ich schmeiß ne Granate vorne rein. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Mit ner Granate. Geil. Schönen Granatenthema gemacht. Ich krieg irgendwie auch nicht richtig was auf die Bagger irgendwie. So, ich geh wieder rechts rum. Ja, ich komm mit. Ja, Scream-Sniperd Mitte, das macht schon saufel aus. Ja. Das ist gut. Was hast du da in der Hand, Bianca? Ja. Eine Granate. B sieht sauber aus. Jawoll. Schön, Bianca. Geilig. Ich geh links rein. Andi, super. Das gefällt mir, was ihr da macht. Rechts rein. Rechts ist sauber. Ja, ja, ja. Geht langsam fort. Achtung, da ist ne Rauch. Smoke. Ja, sieht gut aus. Ich schmeiß ne Flashbang rechts rein. Achtung. Ja, ja, ja. Einer ist hier in dem Gebäudekomplex, wo ich bin. Rechts rum, von denen aus gesehen. Rechts rum. In diesem Gebäudekomplex. Da war einer. Hat sich gerade einer rumgetummelt. Uh, fuck. Bombe liegt hier? Gerade, oder? Was war das? Gerade war einer von uns. Sehr, sehr, sehr. Ich geh ins Haus. Schon wieder einer. Ja, es erschießt mich bitte nicht von hinten, Leute. Ich geh durch. Ah, es lebt schon nur noch einer von denen. Ja, ja, es lebt nur noch einer. Jetzt fluppt es gerade ein bisschen. Bin bei A's fort. Fuck. Der ist bei denen im Haus drin. Ja, der ist bei denen im Haus drin. Schön, Janka. Sehr geil. Geiles Ding. Läuft doch. Krass, Scheiße. Ich hab noch nen Huhn getötet. So. Ach nee. Dass ich auch was gemacht hab. Ach, der Juba ist nicht. Lüppt. Sag ich schon mal. Es hat auch endlich mal angeschaltet, würd ich mal sagen. Naja, nicht wirklich. Das war jetzt ein bisschen flack. Komm auch nach rechts. Okay. Klappt eigentlich ganz gut die Aufteilung. Ja, das ist die AWP hier in der Mitte. Das ist schon Gold wert. Bin drauf. Ich geh vorbei. Wer hat'n die geworfen? Gegner. Achtung, der ist direkt vorne beim Auto. Die schmeißen eine Granate rein. Achtung. Kommt eine zurück von denen. Äh, die greifen Mitte an. Ich bin nur Smoke. Aber nicht, dass die jetzt schon wieder von hinten kommen. Die kommen Mitte. Die rushen Mitte. Pass auf, dass hinterm Häuschen da nicht schon wieder einer ist. Ja, Achtung, Flashbang. Achtung, Flashbang. Aber nicht, dass die jetzt schon wieder von hinten kommen. Hintermarschlappe war keiner, oder was? Oh, verdammt. Wo hat'n der mich jetzt von hinten abgeknallt? Nee, ich war das. Ich hab'n der einen Schuss gegeben. Nee, 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 nee. Oh shit, das hat mich verunsichert. Tut mir leid. Ich hab' von hinten und von der Seite... Ach nee, ah, ist schon down. War's down? Okay. Gut, Bianca wünscht gleich umdrehen. Wahrscheinlich. Nur noch elf Lebenspunkte. Ja, ich hab' auch nur noch 33 Hitbands. Das wird nichts. Ja, ah. Na gut, ich hab' genügend Geld. Mhm, mhm, mhm. Schade. Oh, noch vier von denen. Lief grad. Ordentlich. Noch vier von denen? Achtung. Ja, ja. Da ist nur einer gestorben bisher. Oh, wo stand der denn? Ah, die haben uns unsere AWP. Holgerich, komm, hau ab. Die sind noch zu dritt, da hast' ich keine Zeit mehr. Die kriegen dann zu euch in Sicherheit. Oh, ich hab' eigentlich genügend Geld. Naja. So was denn zum Beispiel... Dann bringt's den Andi in Sicherheit, vielleicht braucht der nen Knips. Nee, der braucht aber ne Waffe, weil der hat nämlich zum Beispiel kein Geld. Ja, gut. Ach Quatsch, ich hab' mir Öko-Räume. Sauber! Nein, der Ulrich gibt dir einfach meine Augen, das ist okay. Ah, wo ist denn... Äh, hier. Ja, hab's du, danke. Pff. Dann glaub' ich mir nämlich Kevlar. Immer schön, äh, Diffuse-Kit, bitte mitnehmen. Ja, ja, hab' ich gehofft. Äh, ich geh diesmal nach links. Ich bin rechts, aber einen bräuchte ich rechts noch mit dabei. Gut, Bianca. Ja, die Bianca steht noch am Start. Ja, ja, Bianca kommt rechts. Wenn ihr vorne geht, geh' ich oben ins Haus rein. Oh. Oh. Kaum hin, von, äh, zu B hier auf jeden Fall. Ja, mindestens einer. Wie nach vorne? Ja, Flash, Flash. Ja, ähm. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Okay. Jetzt langsam, da ist... könnte noch... da ist noch einer. Ist auf jeden Fall noch einer. Ja, hinter dir. Rechts in der Ecke. Mitte ist ne Awe von denen. Wo... Achtung, Flash! Der snipert lang. Von vorne, Achtung. Oder komm' ich jetzt zu B. Knaufen. Ah, fuck. Ich bin jetzt bei denen hinten durch, ich komm' aus'm Haus raus. Ja, sind mindestens zwei Stück. Ja, ich seh' links ist einer. Ach, im Tunnel, in diesem Durchkrabbeltunnel. Die Rest geht zurück, geht zurück. Fido hinter dir, Fido hinter dir. Jawohl, geile Ding. Dann haben wir doch noch ne Runde gewonnen. Puh. Eieieiei. Das war deine Auge, Ulrich. Ja. Die ist... Volter. Also, wenn ich im Tunnel sag' oder so, dann meine ich dieses komische Ding mal durchkrabbeln kann. Von Mitte zu... Ja, aber ich hab' da vorne ja den anderen gesehen. Ja, das war gut. Die ist Krim, das Letzter bei uns im Team. Du hast das optimal gemacht. Der versteckt sich auch immer nur... Ich hab' nur alle... ich hab' nur leider zu früh nachgeladen. Oh, ich geh' vorbei, ja? Ja, 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 ja. Ist noch nix, hab' keine Granate bisher gesehen. Ich werf' nur Flashbang, ja? Oh nein. Ich glaub' die kommen rechts rum, ja. Sind schon in den Häusern drin. Also, A. Rechts in der... Wann steht einer? Ich bin zurück. Verdammt. Da in diesem... in diesem kleinen Eingang steht wieder einer. Ja, so richtig, Janka. Sonst ist da glaub' ich niemand im Moment. Wo ist Scream? Oh, der kämmt hier. Der snipet irgendwo. Scheißdreck. Janka, du bist jetzt gerade über diesen Durchgang gelaufen, den der anderen... Janka, ja. Lauf mal da zum Heuwagen, oder... Wo rechts können die sein? Janka, rechts! Ja, rechts! Ja, rechts! Da haben... Geradeaus haben die Bundeskul rumläuft. Ja, ja, ja. Da haben die Bundeskul rumläuft. Ah, schade. Ja, was erwartet ihr denn von mir? Ja, das ist Wunder! Wunder! Ja, genau. Wunder wären das. Es sind noch drei Gegner, ne? Und noch zwei von uns. Äh... Das wird irgendwie... Ja, eigentlich könnten wir ja mal, ähm... Korokiten als fünften Spieler mitnehmen. Wenn nicht beim nächsten Mal irgendwie der 2H noch mitspielt. Ja, genau. Der kommt da. Der hat das ja nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, spielt der das überhaupt? Der hat das nicht. Ach, stimmt. Du spielst nur Source Korokiten, oder? Ne, der 2H hat's noch. Ach, 2H hat's noch. Ach, 2H hat's noch nicht. Ne, ich hab gar nix. Äh... Wo bist du? Hm... Ich mach mal ne Farmers-Runde. Ja. Halt sie ihn ehren, Anni! Halt sie ihn ehren! Naja, ich geh gar nicht hin. Ja. Kommt das nicht mehr aus? Das gegnerische Team ist nicht so stark, also... Da wär auf jeden Fall was drin. Ach du, ich laufe vorbei? Ja, 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 laufe durch. Da, da sind zwei. Ja, zurück, zurück, zurück dann. Ein bisschen zurück. Naja, du stehst genau in meinem Schicksal. Entschuldigung. Du schmeißt ne Granate? Ja. Meine Granate kommt. Meine Granate kommt. Ach, der sitzt wieder rechts, der sitzt in beiden rechts. Ja, der Granate hat gewischt. Ich glaube, ich bräuchte mal einen dritten Mann hier bei A. Das ist zu zweit, ist das echt sack schwer. Ja, ich komm nächste Runde bei dir. Ach, ihr seid schon wieder gefallen. Ja, ich bin gefallen. Bianca, ich laufe zurück. Du musst das jetzt alleine halten. Okay. Ich glaube, hier ist gar keiner mehr. Doch, ich glaube, rechts war noch ein zweiter drin. Der ist wahrscheinlich, oder könnte eventuell auch schon wieder zurückgehen. Okay, der ist weg. Oh, schön screen. Oh, der ist bin vorbereitet. Der muss dann wohl bei A liegen. Noch zwei Gegner. Die sind bestimmt beide bei A. Schön. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, klar, reicht das, genau. Und spring runter. Der springt vom Balkon runter. Geradeaus runter springen. Ja, gell? Die füße mal irgendjemand bitte. Das ist, das ist aber ruhig. Die füße mal irgendjemand. Die füße mal irgendjemand. Okay, Baby, der andere die füße. Nein, keine Ahnung. Der sitzt oben drauf. Auf diesem Bitter da. Oh, nee, 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 nee. 89. Ah, nein. Nein, das war aber kopflos. Das war kopflos. Eie, das war dumm. Schade, ey. Das war bitter. Ja. So, ihr könnt jetzt alles rausgeben, weil gleich ist eh Rundenwechsel. Nein, nee, nee, nee. Ich hab gar nichts mehr. Noch nicht. Ich kann nur noch Pistolenrunde machen. Ich hab Kevlar nicht mitgekommen. Ich geh links jetzt, aber irgendeiner muss auf jeden Fall auch rechts rum. Aber ich geh dann rechts. Na, ich geh nochmal rechts. Du bist dann quasi alleine, Bianca. Ich hab nämlich nur ne Pistole dabei. Ja, ich bin zwar auch da. Anni, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Screamsniper. Wir haben eine Blendgranate. Okay, ich geh ins Haus. Ich geh über Balkon ins Haus. Oh, da kommt auch was geflogen. Da sind auf jeden Fall welche. Ja, hier kommen auch schon wieder Karten. Nächste Granate. Au, und tot. Ja, super. Da kommen so fast alle. Das ist aber jetzt blöd. Sie kommen über B. Ne, das war doof. Ne, es sind zwei. Auf jeden Fall nur. Ja, zwei kommen über B. Okay, es war so doof. Ich hab... Ich geh über Mitte. Ich geh über Mitte. Geschossen. Und als du gestorben bist, ist deine Waffe in mich größer. Und dann musst du dich nachladen. Und dann kann ich weiter schließen. In Mitte... Ziemlich Mitte. Ja. Richtung denen hier spawnen. Ja, genau. Ja, ich bin's ein bisschen verwirrend, dass man die Waffen automatisch aufnimmt. Ja, der hat mich gehört, weil ich... nicht gestrived... also nicht... langsam gegangen bin. Oh, da siehst du doch sogar einen Schatten bei Scream. Ja, er sieht ihn. Ja, dann könnt ihr ihn nur mit Fuß schießen. Oh, wie schnapp ich. Mach doch auch, aber dann hat er voll versagt. Hätte ihn besser sein können, aber... Oh, und da kommt sie schon. Ja, schon mal gut. Ja, geflogen, komm. Ja, ich bin's schon aneinander vorbeigelaufen. Oh, er hat doch voll vorbeigeschossen. Was den explodiert hat auch ab. Batsch, aber jemand, der hier... Das ist der HWM als Letzter. Das ist der HWM. Alle, die hier vorbeikommen, erwische ich. Quasi. Die kill ich da noch. Jetzt wird gewechselt, oder was? Jetzt. Letzte Runde. Da ist die letzte Runde hier. Achso. Also jetzt könnt ihr alles, was ihr habt, raushauen, weil eh gleich wieder auf 800 zurückgesetzt wird. Ich hab auch nicht mehr viel. Ich geh wieder links rum und bin hoch und ins Haus. Ich geh rechts rum. Ich geh rechts rum. Aber... Ich hab was halten, kann ich nicht. Ich hab so ne komische Famous Farmers. Keine Ahnung. Famous! Ja. Das ist voll neuer Gewehr. Die ist famous. Geil. Bin ich gut. Oh, Granate kommt. Oh, Anni, du bist ja schon da drin. Okay. Naja, ich konnt nicht mehr. Nur den kurzen. Zwei Stück, Sido. Oh, es sind wieder die gleichen. Drei, kommt noch. Achso, du bist auch tot. Auch wieder B? Mhm. Okay. Na gut, das Setup B war jetzt nicht so gut. Heuwang. Heuwang hab ich nicht erwischt, ey. Heuwang ist runter, ist zu A rüber. Ja, aber die Bombe liegt garantiert bei B. Jaja, klar. Scheiß Smoke, ey. Ich tue vorne rum. Ich versuch' hinten rum. Ich versuch' hinten rum. Ich bin bei B jetzt, ja. Kein Arsch. Boah, die schießen noch zweimal mit der AWP daneben, ey. Ja, hab' ich Glück gehabt. Der bewegt mir hier da voll ab. Ooooooooh, die kennt mich mal. Was sind denn, die kleine Kinder? Ja, im Gottes willen. Den hab' ich jetzt nicht gesehen. Wir sind da ein bisschen schlecht. Ne. Wir müssen noch ein bisschen. An wem das nur liegt? An wem das nur liegt? Ich bin letzter. Im Team Einspiel. Ja, an mir auch. Ja, ihr kennt halt die Map nicht richtig Doch, die Map kenne ich in- und auswendig Ich kann nur nicht spielen Oh fuck Es gibt keine Einspielrunde, es geht direkt los Genau, ähm, B, Rush B, ja Lassen wir uns screamer sprechen B, Rush, ja Schön, Anni, dass du ihn wiederholst Nur andersrum Ich laufe euch nach, ja? Ich habe nämlich gar keine Ahnung Von der Seite aus jetzt Ich bin der erste, der drauf geht Schmuch Schön, Entschuldigung, Entschuldigung Da sind noch zwei, ne? Ja, ja, bin ich zufrieden Ich sehe nicht Hilfe, aua, aua Entschuldigung, Clemi, ich hab dich geblockt Ja, ich war auch gefühlt Ah, ne, den hat ich mich geblockt Ja, keine Ahnung Kommt, Laufen, ein Rush sieht anders aus, Laufen Achtung, hinten, dein Kabel-Trommel Links oben, Bibi Scheiße, ich weiß nicht, wo die Kabel-Trommel sind Zu dritt zwei, zu dritt Da, wo du drauf stehst Ja, komm, wir sind Gutes Ding, gutes Ding Bam, fünf globale Kompetenz, was ist denn das? Da ist Kompetenz gewonnen So, das heißt, wir können uns diese Runde schon was leisten, Leute Ich wollte gerade ein Entschärfungskit kaufen, hat er mich nicht gelassen Wenn wir Terror sind, du Ja, ich glaube auch, dass das der Grund war So, ich hab alles rausgekommen So, ich hab alles rausgekommen So, ich hab alles rausgekommen Ja, Andi sagt an, wo lang Ja, legen, B-Rush, der hat doch schon Noch mal B-Rush Okay, meinst du nicht, sie hätten sich drauf eingestellt? Lauf einer mal mit, ein bisschen Krach machen Kommt noch Flash auf B Bei Mitte war einer Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr durch? Komm, Eurich, komm, wir gehen mit Oder? Ich bin mit dir, ich bin mit dir Wo bist du? Ach da Ich bin hier bei dir Achtung, Flashbang Ja, geht's dann Können gleich von hinten kommen, befürchte ich Och, ist klar, mit Pistole auf die Bode Wo denn genau? Wo sitzt der denn? Die Bombe liegt da Er saß unten rechts, da wo jetzt der Rauch ist Ah, da hinten, direkt um die Ecke Hinter der Hoffs Ecke Kommt er unter Ach, ja, auch nie Fuck, ich hab noch zwei Lebenspunkte Ja, Scream ist leider auch tot Viele von hinten Dass wir die Runde da verloren haben, war schlecht Ja, von hinten, von vorne Super, jetzt haben die unsere Knachen auch noch Ja, unsere Knachen Der macht mich auf die Distanz mit zwei Schüssen in der Pistole weg So, ich hab ne Ecke Runde Ich auch, ich hab nur Kräfte Gut, der B-Rush war halt scheiße Wenn Rush, dann tue ich nicht Stehen bleiben Ja, komm, B-Rush Bombe geht B Bombe bleibt von hinten drauf Ja, aber dann Rush doch auch und bleibt doch nicht stehen Achtung, sie kommen von rechts Also von Mitte Vorne liegen sie, beziehungsweise mit dem Auto Ach man, ich kam nicht an den blöden Pfeiler vom Ja, der hat jetzt halt ne Auge oder irgendwas, ne Wahrscheinlich meine Meine SICK Ach, keine Chance, keine Chance, ich hab ihn nicht mal getroffen Ja, weißt du, und der Scream sagt B und ist der einzige, der rechts zu A läuft Ja, ne Die geht's natürlich auch, Alter Ja, wir hören nicht mehr auf den Wir laufen jetzt für uns vier, was er macht, ist uns egal Wenn er die Bombe hat, müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn beschützen wollen Der ist aber auch sauschlecht, der Scream Naja, das stimmt In zwei Runden ist es rum, haben wir es geschafft Ja, das stimmt Ich hab die Bombe Ja, wir gehen jetzt mal A, oder? Ah, ich geh's durchs Haus Versuch, zu A zu kommen Was denn denn? Ich komm mit Wo auch immer dann Ja, dann komm's an Ja, dann komm's an Ja, dann komm's an Ja, dann komm's an Ich bleib ein bisschen zurück und sicher die den Rücken Also, ich bin die Ich hab die Bombe, oder? Ich bin dann hinter dir Ich bin vor Mhm Da unten könnt gleich Feindkontakt kommen, wenn ihr rechts in die Ecke ist, vielleicht genau da Ja Wo du hingehst Ja, weiter aufs Ziel zu Ach Gott, wir sind zum Viertel in dem engen Raum Hinten sitzt einer, gerade lang hinterm Heuwagen Ich bin oben aufm Balkon Naja, der ist weg, wieder Da ist er wieder Von hinten, von der Mitte Oh, nee Andi, wo bist du denn? Ich dachte, du sicherst Mitte, oder so Ja, hab ich ja auch Wunderbar Wie kam da schon wieder einer von Ja, da ist einer durch Ja, da hättest du ja alles sagen können Ich hab's nicht gesehen Ich bin jetzt bei euch auf jeden Fall Ich bin nicht mehr so schlecht Ein Koroketen, wir spielen kein LOL Das ist zu keiner von uns Ach, wenigstens haben wir die Runde gewählt Was spielt? League of Legends Ich hab Koroketen auf dem Stream gefragt Ich hab die Bombe B? Nee, aber dann lass mal wieder A gehen Das ist auch schwerer für die zu defuse Okay So that we may be free Wo dann oben hin Ich zoome ein bisschen oben aufm Balkon Sieht okay aus Schön, Ani, wo hast du den erwischt? Der war Mittag, aber es ist kein Bot gewesen Sie haben sich schon wieder ein Bot Oh, schluss Ich drücken wir das Flugwein Ach, die hat so ne billig Pistole Mach mich um Von wo? Die kam vom B-Ruser Okay Ah, genau, der Ach man Der hat nix mehr Äh, Sebi, bist du durch? Sebi kämpft die Bombe nicht Ich hab die Bombe Und ich bin hinter dir Ich bin durch Und hab da wohl einen erwischt Okay, dann deck ihn jetzt Wenn der er plantet Gib ihm den Deck Ach du, da ist einer Verdammt Ich war gerade am Nachladen Ja, das war natürlich Nicht nachladen, wenn ich am planten bin Und du nicht decken sollst Nicht cool Ich hab die Bombe Ja, jetzt hab ich natürlich wieder kein Geld Na gut, das ist eh vorletzte Runde Ja, der ist aber nischt Leider Was schießt der Scream mich denn jetzt an? Der killt der Scream mich Ja, ne, vorletzt Der will gekickt werden Aber das machen wir nicht Ich bin B Ja, ich genau Da ist einer, da ist einer auf jeden Fall Drei Fall Ah ne, sicher ist du hinten Ja Mitte sicher ich Ganz hinten kann ich nicht Ohrleck, der ist direkt nach vorne Ja, ja, genau Habt er? Ne Ne, das ist ja oben, Binde Achtung, der steht jetzt hier rechts um die Ecke auf jeden Fall einer Ja Schön Achtung, da kommt noch einer Jaa Von hinten Die haben mich Keine Ahnung Von hinten? Ach, mit der Schrotflinte auch noch Ich krieg nichts aus die Backe, jetzt guckt nicht alle hinten Einer muss vorne gucken Jibbi Zwei Schuss noch Ja, Mann! Was denn? Hab ich jetzt der letzte Hab den ich totbekommen Scream hat mich auch schon fast gekillt Komm Sibi, das schaffst du Ach, fuck Ach, schade Ich melde den mal, ne Ja, das hat er aber gut gemacht, da die Granate reinzuschmeißen in den anderen Wenn er nochmal schießt, meldet den bitte Auf was denn? Wenn ihr Tab seid, rechts klickt mit der Maus, dann auf seinen Namen und dann unten auf melden und dann blockiert das Spiel Wen denn? Den Scream, oder? Den Scream, ja, ja, weil er Team Attack gemacht hat Dann kriegt er wenigstens so einen Wo laufen wir denn? Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo hängen sie denn? Ich wasch mal rechts oder was? Der B ist auf jeden Fall einer Ich bin auch nicht Okay, ich bin tot Lauf durch, sie will, lauf durch Oh, nee Nicht wirklich Die Bombe liegt oben auf dem Balkon Mhm Verdammt, ich dachte das wär einer von mir gewesen, warum wurde der denn rot angezeigt? Müsste der nicht blau angezeigt werden? Ne, rot ist immer Gegner Ja, das hat mich aber vorhin auch verwirrt Das war aber früher nicht so Nee, ich glaub auch nicht Früher hast du die Counter blauen, die Terrors rot angezeigt bekommen Ja Ich hab nämlich auch gehört zu schießen Nisa, ich hab auch gedacht vorhin, beim ersten Spiel schon, dass rot Terror wäre Aber rot ist einfach immer Gegner Ach, dann hätt ich weiter geschossen, dann hätt ich vielleicht noch ne Chance Ja, alles klar Kommen die da vor die Übersicht Der abgeht der HWM Der stand da eben am Krieg Ja, genau Da liegt die Bombe Auf dem Balkon Fuck, die Bombe HWM hat sie geschnüffelt Boah, man Geschnüffelt Ja, der ist der einzige der hier war Ich dachte, wenn die Gegner 15 Runden gewonnen haben, ist es rum Nee, 16 16 ist die Gewinnerrunde 15 ist unentschieden 15 ist unentschieden Sie haben auf jeden Fall einen Unentschieden sicher, ja Ja, sie haben mehr sicher Aber ich bin immerhin derjenige mit den meisten Punkten Ja, ich weiß ja Ja, wundersicher Der einzige der hier was gepunkten kriegt Er hat schon wieder jemanden gekillt hier, ich kill ihn gleich Ja, wie gesagt, melden Einfach melden Also nicht killen Nee, nicht killen Dann kriegst du melden Und dann kriegt er irgendwann Krieg ich das mit dem Melden jetzt nicht hin Okay Ich klicke das auch jetzt auf die Schnelle nicht hin Das ist ja nicht so schnell, ihr müsst nur Rechtsklick machen, wenn ihr Tab gedrückt haltet Wenn ihr eure Stats anguckt Und wieder tot Wo? Wo Bianca? Bei B Oh fuck, oben bei denen im Haus Zwei Stück Links in dem kleinen Raum und rechts Ja, jetzt kommen sie runter Ach fuck Ich hab mich auf den Kopf gezielt Äh, Kurokiden, auf deine Frage Falls wir LOL anfangen Es wurde im Haus entschieden, dass wir Nisch damit anfangen Dass wir nicht MOBA geeignet sind Ach, keine Chance diesmal Okay, dann war's das jetzt ja Ja, ja, das war's Wir haben vergessen Schade Oh, du hast Bretters bekommen Sie Mann, der Fido stammt voll ab Das bringt mir jetzt genau nix, ne? Doch, sie sehen halt anders aus Kann ich auch verkaufen Ähh Ja, keine Chance, ne? Schade Guck mal, die waren nicht wirklich gut, ne? Nee, die waren gar nicht gut Die waren überhaupt nicht gut Die waren auch zusammengewürfelt im Gegensatz zu uns Also ich mein, klar, wir sind auch zusammengewürfelt Ja, aber Von uns spielt das ja keiner Ich war auch nicht gut Ich war der schlechteste Aber guck mal, die haben Silberrang Ein und zwei Sterne Und der Scream hat leider auch Silberrang Aber ist kein Problem Weil wir müssen uns halt einspielen, wenn wir so spielen Ähm, ich würde sagen, ich schließe dann an der Stelle auch mal die Aufnahme ab Und sage Oder wir sagen alle gemeinsam Tschüss Und vielleicht bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Ciao